Im Spiegel, Genscher und der Fall Khodorkowski, Mission Freiheit, da fehlt ein bisschen der Rand, Berlin verfügt über Kanäle, die Briten und Amerikaner nicht haben. Eigentlich ging es mir nur um die Überschrift. Ich zeige Ihnen mal. Mission Freiheit. Genau, Mission Freiheit. Diejenigen, die jetzt mit diesem Mann nichts anfangen können, sollten ganz kurz selber sich auf den Weg machen zu recherchieren und werden dann feststellen, dass es sich um einen einst sehr mächtigen Oligarchen handelt. Der über viele, viele Milliarden Vermögen verfügt hat, ehemaliges Volksvermögen. Es wird ihm also Veruntreuung vorgeworfen, es wird ihm Korruption vorgeworfen und schwerer Betrug. Es gibt aber auch noch viele andere Vorwürfe, die bis in Mord hinein geraten. Es handelt sich hierbei nicht um einen Freiheitskämpfer. Nein, der hat sich einfach bereichert. Der hat zum Beispiel irgendwelche Getränke als Napoleon deklariert und dann teuer verkauft, obwohl das billiger Fussel war. Also so Sachen zum Beispiel. Das ist natürlich eine relativ harmlose Geschichte. Das ganz Wesentliche... Das zeigt das Gedankengut. Das ganz Wesentliche ist aber der ganz große, nicht mehr gelungene Kuh, also der misslungene Kuh, indem man versucht hat, Exxon, einen ganz großen Teil der russischen Ölreserven, auf diesem Weg oder über diesen Umweg zuzuschustern. Es ging bis zu 40 Prozent eines großen russischen Ölkonzerns, dem man hier auf diesem Wege Exxon, der entsprechenden Gesellschaft, zuschustern wollte. Also hier können wir sehr schnell erkennen, welche Interessen hier gemeinschaftlich vertreten worden sind. Und Putin ist eigentlich derjenige, der das verhindert hat. Und deswegen so sehr Putin bei uns immer bescholten wird, er hat für sein Land, hat er im Grunde sehr viele Werte zumindest gerettet, die sonst ins Ausland gegangen wären. Jetzt hast du etwas gesagt, was genau betrachtet werden sollte. Du hast gesagt, Putin sollte, man sollte sich im Grunde genommen darüber eben im Klaren sein, dass er eben hier sehr viel für sein Land getan hat, bei all der Schelte. Deswegen wird er gescholten. Es ist sehr wichtig, sich klarzumachen, dass das, was hier die Grundlage ist, er funktioniert nicht in dem Sinne, wie es die neue Weltordnung im Moment gerade vorsieht. Hier werden eigene Süppchen gekocht. Und das muss verhindert werden. Und deswegen wird jemand, der gar nicht angeklagt war als Kritiker Putins, gar nicht angeklagt war als politischer Gefangener, sondern der angeklagt war wegen wirklich großen angelegten Betrugs, auf einmal zu einem Freiheitskämpfer deklariert. Und hier können wir das sehr schön sehen, im Spiegel heißt es dann auch in der Überschrift, freigelassener Putin-Gegner. Also hier geht es dann nachher darum, dass er, und das steht dann im Text, der freigelassene Kreml-Kritiker bittet um ein Schengen-Visum für die Schweiz. Also hier wird aus jemand etwas ganz anderes gemacht. Anne, welchen Eindruck nehmen Sie morgen zurück mit nach Moskau? Kann Putin die Akte Khodorkovsky jetzt schließen? Ist er den Gegner los? Hätte er denn irgendeine Chance oder Wirkung bei den Russen? Oder ist es den Staatsmedien in Russland gelungen, ihn endgültig sozusagen als raffgierigen Oligarchen zu brandmarken? Natürlich war Khodorkovsky unpopulär, als er verhaftet wurde und ihm der Prozess gemacht wurde. Und die Russen haben ihm vorgeworfen, er habe sie um die Privatisierung geprellt, er habe wirklich Bodenschätze an sich gerafft. Aber die zehn Jahre Lagerhaft, die haben bei den Russen Khodorkovsky zu einer moralischen Instanz werden lassen. Khodorkovsky hat heute gesagt, die politischen Spielregeln in Moskau müssten geändert werden. Er hat aber nicht gesagt, ob er daran teilhaben wird, sie zu ändern. Der Andrang war groß im Mauermuseum am Checkpoint Charlie in Berlin. Alle Welt wollte hören, was Michael Khodorkovsky sagen würde, bei seiner ersten Pressekonferenz seit der Freilassung nach gut zehn Jahren Haft. Es gibt noch immer politische Gefangene in Russland und nicht alle haben mit dem Yukos-Fall zu tun. Eingesperrt wurde Khodorkovsky offiziell wegen Steuerhinterziehung. Mit dem inzwischen bankrotten Erdölkonzern Yukos war er als einer der Oligarchen nach Ende der Sowjetunion reich geworden. Am Freitag war Khodorkovsky an Bord einer deutschen Privatmaschine in Schönefeld gelandet. Den Flug hatte der ehemalige Außenminister Genscher organisiert. Er war es auch, der sich hinter den Kulissen jahrelang um die Freilassung des ehemaligen Ölmagnaten bemüht hatte. Zweimal traf er Kreml-Chef Putin. BRID Ex-Oligarch und Ex-Yukos-Chef Khodorkovsky ist begnadigt worden. Haben wir alle mitgekriegt. Es ist damit allerdings kein politischer Verfolgter, wieder auf freiem Fuß, sondern ein Wirtschaftskrimineller, wusste MariaLurtblog.com. Erinnern wir uns, laut eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte Straßburg 2011 ist Ex-Oligarch Schorodkowski kein Opfer politischer Justizwillkür. Schön, wenn Steuerkriminelle so waren, wenn Deutschland sogar von Ex-Vizekanzler Genscher empfangen wurden. Auch ein ständiges Aufenthaltsrecht wird schon gefordert. Dann vergleiche man ganz nüchtern, wie mit Edward Snowden umgegangen wurde. Wir dürfen eines nicht vergessen. Schorodkowski hat den Staat um 20 Milliarden, nicht Millionen, Milliarden betrogen. Und Putin hat unter anderem einen Kontrakt von 13 Milliarden dadurch rückgängig gemacht, dass er die 13 Milliarden an die Exxon nach Amerika hat überwiesen, rücküberwiesen. Somit war das Öl, was in diesem Kontrakt beinhaltete, wieder frei. Schorodkowski ist und bleibt ein Verbrecher. Und die, die ihn rausgeholt haben? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 1,600%. The war on drugs, mandatory sentencing, and a broken immigration policy have forced more people into prison. In the land of the free, it is hard to expect the prison population to decrease as long as corporations continue profiting by keeping people locked up. Reporting from New York, Marina Portnaya, RT. When you incarcerate people for the purpose of generating corporate profit, you have a built-in incentive to incarcerate as many people as you can for as long as possible, because that's how the market system works. The companies have faced considerable criticism for lobbying governments and immigration and detention officials and other government officials for basically more contracts and to put more people in prison. to gorgeous Styγα institutions inottoive Web won't really have roasted the worship應該 system for the buttomza, this happens in prison. every the by It's due removing sich